Die neue Generation Überladebrücken, das SR-Bloy Teledoc. Unser flexibelstes Andock-System, denn diese Überladebrücken mit Vorschublippe passen sich allen Verladesituationen an. Unser Teledoc ist auf Effizienz, einfache Bedienung und schnelle Wartung ausgelegt. Die Teleskoplippe bietet eine größere Auflagefläche zwischen Fahrzeug und Überladebrücke für mehr Sicherheit und optimale Auslastung. Robuste Komponenten reduzieren mögliche Unterbrechungen und sorgen für effizientes Be- und Entladen. Verstärkte Aufnahme der Hydraulikzylinder vermeidet Beschädigungen und Unfälle. Und die neue Gleitführung für die Vorschublippe garantiert reibungslose Bewegungen. Somit ist eine sichere und reibungslose Be- und Entladung garantiert. Die intelligente und multifunktionale Dockingsteuerung SR-Bloy 950 bietet Ihnen direkte Bedienung von Überladebrücke, Torabdichtung und Tor mit einer einzigen Steuerung. Und mit einer SR-Bloy Servicevereinbarung schützen Sie Ihre Investition durch schnelle Reparatur und professionelle Wartung. Weitere Informationen auf unseren lokalen Websites. Klarabdichtung und했다.